Bevor die Challenge losgeht, wollte ich euch noch was sagen. Ich gehe auf Tour und zwar jetzt im Februar. Checkt die Daten aus, checkt die Städte aus. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, weil es wird noch eine Verlosung geben und jetzt ganz viel Spaß beim Video bei der Challenge. Hallo liebe Freunde der Sonne, der Liebe und des guten Geschmacks. Guter Geschmack trifft es gut. Wir machen heute eine Challenge, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Wir machen die Center-Shock oder auch Sauer-Challenge. Wir brauchen Center-Shocks. Center-Shocks? Center-Shocks? Thank you sir. Eine lustige Mischung. Man zieht schon in den Kiefer. Ja, mein Magen knurrt jetzt nur gerade. Also, egal. Die Regel ist, wir fangen an mit einem Center-Shock. Wir haben 15 Sekunden Zeit, um den ersten zu essen. Kauen, kauen, kauen. Die nächste Runde, dann muss der nächste aufgemacht werden. Am besten schon während man kaut, den nächsten aufmachen und reinmachen. Immer nach 15 Sekunden kommt immer der nächste rein. Und wer am Ende schafft, mehr zu essen, hat gewonnen. Warte. Ich bin Center-Shock. No. Wir fangen. Was machst du mit dem Teller, die ich... Achso. Von der Strafe? Es gibt eine Strafe. Also, egal wer verliert. Ja. Wins. Eigentlich. Der, der als erstes verkackt... Hallo. Cool. Ich breite mich noch vor. Der, der als erstes verkackt, wird bestraft. Ihr dürft in die Kommentare schreiben, was für eine Beknappung das sein würde. Oh, shit. Hab ich trainiert oder so? Ich hab nicht trainiert, ich schwöre. Ich schwöre Dings. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre auf Aldi, oder? Okay. Ah. Warte mal, welche sind die sauersten? Nee. Oh, mein Kiefer. Ich sterbe. Die sehen am gefährlichsten aus. Oh, schon ekelhaft. Sauer. One, two, three. Nicht grauen, ne? Ja. Aber da ist doch was Süßes drin. Gut. Grün ist nicht so schön. Ja, okay. Okay, voll klar. Next. Next. Okay, braun. Ich genieße es gerade. Oh, mein Gott, braun. Next. Oh, rot. Oh, scheiße, rot. Ey, grün, mach nicht dein Grün. Grün ist falsch. Oh, das ist bestätig. Next. Oh, mein Gott, wie schön das ist. Oh, mein Gott. Mach mir die Ohne schlucken. Nein, gut. Mein Mund ist zu klein. Next. Alter, mach mal langsam. Ich hab's brauchen an. Guck mal, ich hab's nicht. Keine Ahnung, mal bei Atmen. Ich mach mal in die Daffy rücken. Ich kann ja alles kippen, Alter. cut es gewinnt den töten wir auf bitte dann dann kommt gleich das Zeug raus nun hat er gar nichts mehr rein verЧ warmed Meiner Augen! Weißt du mal, ich glaube, ich nehme den Appen zu, oder? Ich fange auf! Oh! Oh! Was? Nex! 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 Oh mein Gott! Ich war richtig verloren! War gar nicht! Alter, ihr habt viel größere Minder als ich! Das ist so heiß! Ich merke ein bisschen mit Kleber! Nex! Uah! Alter! Das war unfair! Ich hätte das mit Mädchen machen sollen! Ja! Ich glaube, wenn ich so wäre! Sorry! Meine Zunge brennt übel! Nex! Könnt ihr noch ein Traumobild oder sonst ist das noch so... soo... 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 Kanina! Sieht auch so ekelig aus! Nex! 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 Alter! Ich musste auch gehen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe! Oh! Der scheut sich auch nicht! Ja! Ja! Du hast einfach einen monströsen Mund, Digga! Ja! Das ist so unfair! Ist so! Okay Leute! Überleg jetzt mal eine Strafe für den Vince! Einen Moment! Du und ich haben offensichtlich verloren! Vince kommt immer noch! Ich werde mir eine Strafe für Julian raus suchen aus den Kommentaren! Und ich eine für dich? Ja! Für mich da! Ja! Ich hoffe euch hat dieses leckere Video gefallen! Nein! Büsst du schon! Und jetzt kommt noch ein Song von Vince! Oh! 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 Richtig schlecht! Hello! Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen! Wenn ihr mehr davon wollt natürlich einen Daumen hoch! Und so weiter und so fort! Jetzt kommt aber die versprochene Verlosung! Ich verlose zehn mal zwei Tickets! Das heißt ihr müsst einfach in die Kommentare eure Wahlstadt posten! Also Hannover, Berlin, Köln, München, whatever! Und dann haben zehn von euch die Chance zwei Tickets für eure Wahlstadt zu gewinnen! Viel, viel Glück! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!